Robert! Ist nicht da. Carmen! Ist auch nicht da. Sind beide verhindert, aber sie haben mir freundlicherweise die Möglichkeit gegeben, hier auf ihrer Seite einen Aufruf zu posten. Also, liebe Geißenfans, bitte, 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 klickt mal auf die Jenke-Experiment-Seite, informiert euch dort und ladet euch einen Organspende-Ausweis runter, denn wir brauchen dringend Organspende in Deutschland. Alles hier auf diesem Link. Vielen Dank an euch und vielen Dank an Robert und Carmen. Vielen Dank.